Hallo Lolo Lolo YouTube Willkommen zu einem neuen Video von mir Ja, ich bin endlich wieder am Start, könnt ihr es glauben? Ja, über zwei Wochen ist es her, wo ich das letzte Mal ein Video hochgeladen hatte Das hatte den einfachen Grund, dass mein PC den Geist aufgegeben hat Und ich habe endlich einen neuen Bedeutet für euch, es gibt endlich wieder neue Videos von mir Nein, auf jeden Fall möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass noch kein Video kam Ja, aber stell dir mal vor, über zwei Wochen ohne PC, das ist echt schon mal eine Hausnummer Und, also das war echt krass Auf jeden Fall, kurz zum Gameplay Es ist ein sehr altes Video, was ihr hier seht Das war noch vor der LAN, wo wir sehr viel zusammen trainiert haben Und, ähm, da ist Bugi auch noch dabei, wie ihr sehen könnt Ja, wo wir auch schon direkt beim Thema Bugi sind Ähm, ich werde immer noch sehr oft gefragt, was mit ihm ist Oder wie es mit ihm verblieben sind Oder ob wir da Stress haben oder was weiß ich Ich kann euch nur sagen, ähm, wir haben uns als Team dafür entschieden, dass wir ihn rauswerfen Ähm, das hat einfach die, ja, das ist einfach die Aktion, die er gebracht hat Die geht einfach nicht, das war einfach zu hart Und wie er reagiert hat und was er getan hat Und, weiß nicht, wie es alles zusammen war Das hat einfach nicht gepasst Und deswegen gab es für uns einfach nur eine logische Konsequenz Wir werfen ihn raus Natürlich, er ist ein guter Spieler Er war ein guter Spieler Er wird auch noch ein guter Spieler sein Aber, ähm, das Menschen muss natürlich auch passen, ne Und das ist jetzt einfach weg durch die Aktion Ähm, ja, was könntest du sagen Er hätte einfach mal ein bisschen kooperativer zu uns sein müssen Dann hätte man eventuell noch eine Lösung finden können Aber vom Bugi kam einfach nichts Und, ähm, das geht nicht Das Einzige, was er gemacht hat Er hat uns überall gelöscht und, äh, ignoriert Und, keine Ahnung, er wollte einfach nicht mehr mit uns reden Und, ähm, ja, das geht nicht Ähm, ja, viele Fragen, was hat er denn gemacht Ähm, keine Ahnung Ich finde, da muss man jetzt auch nicht so großartig public machen Oder, ähm, sonst was groß rausposaunen Das ist einfach so eine Sache, die ist teamintern Und sollte auch teamintern bleiben Aber ich sag mal, ähm, ich kann so viel dazu sagen Wir haben uns ja eine halbe Ewigkeit auf die LAN vorbereitet Und es stand ja schon alles fest Die ganze Unterkunft war geplant Die Flüge und, 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 was weiß ich alles Mit RocksGames war noch, war er auch geplant Er kam ja auch dahin Und, ähm, was macht Bugi? Er sagt uns einfach zehn Stunden vorher ab Ne, aber nicht so, wie es normale Menschen tun Ähm, Bugi macht das auf so eine dämliche, hinterfotzige Art Mit Anlügen und so weiter und so ein Kram, ne Ja, weiß nicht Dann wird jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen Ich möchte ja auch niemanden schlecht machen Oder sonst irgendeine Kacke reden Ähm, ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, was da los war Auf jeden Fall zu Glück ist Sharky noch kurzfristig eingesprungen Haben wir echt riesenglück gehabt Ja, ich denke mal, das war es eigentlich auch soweit Thema Bugi Sollt es da noch Fragen geben Einfach mal den Post auf der Facebook-Page von N7 durchlesen Da gibt es auch noch ein paar interessante Sachen vielleicht Ähm, ja So, dann habe ich endlich nach zwei Wochen meinen neuen PC bekommen Und ich kann euch gar nicht sagen, wie Bombe das Teil ist Also das Ding ist echt geil Es hat eine Wasserkühlung Ist, äh, verdammt leise und, äh, weiß nicht Sieht einfach geil aus Hat auch eine geile Beleuchtung drin Mit, äh, mit so einem lila Touch und so einer Kacke Und, äh, einfach geil Also, wenn man ein paar Bilder dazu sehen will Ähm, sollte man auf meine Facebook-Page gehen Die ihr übrigens auf jeden Fall mal besuchen solltet Da poste ich auch immer, äh, jede Menge interessantes Zeug da Ähm, müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen Ähm, ja gut Das einzigste Ärgerliche ist einfach nur Ähm, dass ich meine ganzen alten Daten nicht mehr hatte Das ist echt scheiße, weil, ähm Ich konnte die ganzen Sachen nicht mehr noch speichern Weil mein PC einfach ausgegangen ist Wird gar nichts mehr gemacht Ähm, ich weiß nicht, was da los war oder was da los ist Ich denke mal, da ist irgendwas durchgeschmort oder so Auf jeden Fall ist das scheiße gewesen Weil ich konnte keine Daten mehr sichern Und da ist mir echt jede Menge verloren gegangen Ähm Ja Ähm, ja, da hatte ich halt Textor Die übrigens mein, ähm, PC zusammengebaut haben Top Leute Ähm, hatte ich dann meine alte Festplatte geschickt Und hab denen gesagt Ja, baut die mal mit ein Ich bin halt davon aussehen, dass ich dann dadurch wenigstens noch an meine alten Daten drankomme Aber die, äh, ja, haben sie dann formatiert Davon wusste ich leider auch nichts Ähm, ist ja auch nicht so schlimm Ist halt nur ein bisschen ärgerlich Weil halt so viel dadurch verloren geht Und, ähm, ja, nervt halt manchmal so ein bisschen Ähm, ja, das war's dann ja auch soweit zu meinem PC Okay, wer den sehen will, einfach mal Facebook vorbeischauen Ähm, da könnt ihr das gute Prachtstück mal bewundern Ähm, was gibt's noch? Was kann ich noch so Schönes erzählen? Ach ja, Thema Reflex nochmal Ähm, da hatte ich ja eigentlich, bevor mein PC abgekackt ist, ähm, schon ein Video vorbereitet Wo man ein paar schicke Fotos und Videos von uns und den Events sehen konnte Ja, nur lustigerweise ist das Video ja jetzt weg Und, ähm, da frage ich euch Soll ich mir die Mühe nochmal machen, ähm, das Ganze zusammenzuschneiden Und, äh, neu zu kommentieren und, und, und Habt ihr da Bock drauf? Wenn ja, hinterlasst doch mal ein Feedback hier im Video Ähm, ob ich die ganze Scheiße nochmal neu machen soll Dann, ähm, mach ich das natürlich Aber, so ganz umsonst hab ich keinen Bock, mir die Mühe zu machen Deswegen, äh, vertraue ich da so ein bisschen auf euer Feedback, ne? Jo, jo Ähm, was gibt's noch? Ach ja Mein guter YouTube-Kanal erreicht bald die 10.000 Abonnenten-Marke Ich kann's echt gar nicht glauben, dass das so rasant gestiegen ist Das ist echt ne, ne fette Sache Und da hab ich für euch auch ne richtig fette Sache zum Ankündigen Was ich jetzt natürlich noch nicht ankündigen werde Aber ihr könnt euch da echt auf ne geile Sache freuen, ähm, da wird es in den nächsten Tagen Jede Menge Zeug zu sehen geben Ähm, da hab ich ein paar Grafiken vorbereitet Und unser guter Editor, der Realize, wird mir da noch einen sicken Trailer zu machen Wo das Ganze nochmal extra angekündigt wird Was ich da für euch mache, für euch vorbereite und was da kommen wird Ähm, der Trailer, was ich jetzt gesehen hab, schaut schon ganz geil aus Aber ich möchte da echt noch nicht zu viel verraten Ähm, aber ihr könnt euch da echt auf ne richtig fette Sache freuen Ich hoffe mal, das wird gut ankommen Wenn das gut ankommen wird, dann kann das wohl noch öfters machen Aber so als echt 10.000 Abonnenten-Special Find ich das schon mal echt ne fette Sache Dann möchte ich euch natürlich ein bisschen bedanken Und haut natürlich auch einen fetten Preis voraus Ähm, aber da wird es natürlich noch, äh, ein oder zwei Kommentars drüber geben Wo ich das nochmal vernünftig ankündige Und, äh, ein paar Sachen dazu erkläre, was ihr machen müsst und so weiter Ähm, ich denke mal, das war's dann nicht soweit, was ich jetzt sagen wollte Ähm, auf jeden Fall, I am back Und ich bin heiß darauf, euch mit Videos zu versorgen Und, ähm, da wird es auf jeden Fall einiges kommen Ich hab jetzt meinen fetten PC am Start Ich kann fette Sachen produzieren Und, ähm, ich hab richtig Bock auf YouTube Und werd richtig fett durchstarten Ich hoffe, ihr, meine Abonnenten, unterstützt mich dabei Ich bin auf euch angewiesen Ich hoffe, ihr supportet mich vernünftig Und, äh, ich denke mal, da wird das schon vernünftig hinhauen Ja, ich lasse euch jetzt noch die paar Minuten hier Bis das Gameplay ausläuft Mit dem superbaren, wunderbaren Gameplay alleine Ich hoffe, euch hat das Kommentary und das Gameplay gefallen Ähm, wollt es noch ein paar Fragen geben Hinterlasst euch einfach einen Kommentar Und, äh, danke fürs Zusehen Haut rein, meine Freunde Ding, ding, ding Ich habe das schon destroyed Ist das gemein, meine�� Ver straightene Der Abonnent Dann Vielen Dank.